Das Labyrinth ist das eine, aber da draußen in der Brandwüste überlebt ihr nicht einen Tag. Diese Einrichtung wurde geschaffen, um euch Schutz zu bieten. Die verheimlichen etwas. Diese Leute sind nicht, was sie vorgeben. Das Labyrinth ist das eine, aber da draußen in der Brandwüste überlebt ihr nicht einen Tag. Ihr müsst nicht mitkommen. Aber ich weiß, wir können es schaffen.